Die sehr schicke und äußerst praktische Ford Transit Custom 320 L2 könnte schon bald vor Ihrem Betrieb stellen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wiesmann. Der Euro 6 Diesel mit AdBlue Technik erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Doppelschlügeltüren hinten und eine Schiebetür rechts erleichtern das Einbeladen. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Fahrersitze bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition für drei Personen. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Custom schützt Sie rundum mit ESP, Airbag, Nebellampen vorne und der heizbaren Frontscheibe. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch das Bluetooth-Freisprechsystem Sync 3 und eine Kamera. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken Ford Custom Trend L2 und seiner umfangreichen Sonderausstattung werden Sie immer viel Spass haben. Und damit nichts passiert, unterwegs hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie Probe. Das Team von Bismarck freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie noch nicht sein können. Die Inspektion! Inspektion! Untertitelung des ZDF, 2020